ich muss doch die Challenge machen so jetzt gab ich mal raus ja klappt super ja irgendwann geht der kaputt Indie Action Was denn? So, sorry Der geht nicht kaputt, jetzt macht das Teil auf. also jetzt macht das Teil ja auch hallo ich bin nicht mehr in deiner Nähe super ich bin gespannt was Florent alles gebaut hat was hat der gemacht was hat der denn gemacht hat der denn die Treppe gebaut lol danke danke Flo ja ja war das wirklich so vorher das war doch hier nicht diese Kante oder äh quasi ja ich hab den doch wieder ausgemacht ja geht doch dummer Spacko da Parkour Map ich schätze mich den Anfang gefunden so weiß schon dass der Parkour Map ohne Checkpoints ist ne ich hab grad den Anfang gefunden also den Anfang mit den Regeln alles drum und dran wow hat sie ja vorlesen ich glaube ich jetzt zu spät ne ein bisschen ja ich gebe auf wer nicht hier alle warten lassen da ich hab ich den hier gepackter öh loll voll easy was erzählst kein ach hast du aufgegeben Flo das Loser Schild bitte aber ich bin ja gar nicht mit dem Game Ego hoch Gott Gott das sind alles solche Sprünge oder wie jetzt oh Gott Hallo oh Gott guck mal was das alles für Sprünge sind ich weiß ich hab sie entworfen hast du nicht aber ich werde dich dabei kriegen ja aber mich ja ja ich er hat jetzt aufgegeben ne habe ich gar nicht gemerkt dann kann ich wieder weiterreden von wo muss man den Sprünge boah boah auch solche Schäden alter wie schwer muss man von hier drunter springen ja sicher Unmöglichkeiten ein Schotter für das auch ne ja es war ein Witz und Unmöglichkeit das war jetzt auch geschafft okay es ist auch möglich aber nur den ersten und als könntest du wenigstens hier umgehen und ich jedes Mal vordringen nein du musst du scheiße glaubt die Rüstung macht nicht nicht ja genau hat sie du musst du kurz ja Rache des Gottes ich gehe Rache von Notche genau Rache des Notches ich gehe ja schon den richtigen Weg ja ich mache und wenn du denkst dass die Rüstung dich schwerer macht dann zieh sie aus ist Mann und wenn du jetzt sagst das sieht aber voll geil aus dann lügst du oh ja läufst du nicht das immer da diese Einstelle alter boah im letzten Moment jawoll ich so nimmte so viel Anschwung im letzten Moment jawoll ja im letzten Moment scheiße r und zwei Meistern und dann scheiße jetzt habe ich wieder nicht wir sind die bis ganz in den Anstern weil wir es können fliegt boah springt erst mal ein Block zuvor früh jetzt mal hey hey ja das Junge der Lektor nie nach hat Mann und haben so sauer und man muss sich wirklich konzentrieren boah aber richtig erst sonst auch anders nicht man muss auf dem Boden was ich ganz zeitlich gemacht habe wie so auch immer wie so auch immer fail dass solche Sprünge überhaupt machbar sind verstehe ich nicht ja sobald hier irgendwie Atomkraft äh Tests oder sowas ja was war das gerade bei mir ist grad Stuttgart 21 weißt du der Zug ist grad vorbeigefahren hast du mich geschlagen nein wieso hab ich dann Damage bekommen vielleicht weil du runtergefallen bist der Block hat dich geschlagen ja von so ner Höhe bekommt man keinen Fallschaden du dummer Idiot du hast mich geschlagen ich hab dich nicht geschlagen nicht aber man bekommt echt kein Fallschaden davon quasi ich hab ich aber nicht überraschend ist in meiner Nähe Junge René das was ist auch unnötig ne boah 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 oh nein wenn ich jetzt verkracken wäre das so traurig hey nein es ist aber ich stelle wie sogar extra radikate hier ich bin ich bin ich bin oh Gott war ich schon auf den letzten Balken da auf hinten nein ne da komm ich nicht hoch tja der Sprung danach ist auch schwer also es ist zwar genau der gleiche wie hier aber das ist behindert wohl schwer danach muss man noch Schiff drücken weil da ne Leiter ist an der man sich dranhängen muss boah boah guck doch ne ne ganz sicher ne ich hab den schon ich hab den schon verkackt boah das ist scheiße ne oh ja das ist so ärgerlich nein scheiße ne bestimmt muss man da irgendwie seitlich anlaufen oder so wenden oh das ist höhlengereu Pasi ja du bist schon einmal da durchtick gegangen du musst es jetzt nicht auch mal machen irgendwie schon wissen wenn es schafft okay doch nicht das war es kann Pasi P Junge ja weil du bist nicht die Mütze gegangen nein das ist er war gar nicht in der Nähe nein die Zeit war gerade ey kommt so das war so Entschuldigung ich kann so rachesichtig sein ja nur weil du da drei als der kleine schon ziemlich schwer ist ach Gott ja passiert sind alles dieselben Springer als das ist schnuppe ne ja also ja also das 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 dauert eh ich wenn wir uns bringt früher zu spät als nie zu früh früher früher gar nicht genau oder man dritt zu spät die Lehrtaste weil man will grad springen aber man fällt dann runter ja was mach ich da voll Spaß die Action ja ist mir jetzt gerade passiert ah doch wie hoch geht das ein ach du scheiße war noch nicht mal annähernd fertig ne irgendwie nicht da können wir diesen Walgen da wo wir grad wann hin nachschieben ja aber gewalt die äh schmackes ne ist so ein nein das ist gar nicht mehr so viel ja was wir hätten nur auf die Balken ist gar nicht viel nein da muss doch einmal zurück ne nein aber am Ende wär äh am Ende hat man keinen Teil mehr über den äh kommt muss nicht nochmal zurück hier hat man kein Teil mehr über den Kopf und da auch oh das ist jetzt voll die Easy Sprünge dann hoffen nein da sind immer noch Teil über den Kopf ja das Glas ne nein er hat nur andere Sprünge äh ja sorry tu mir leid hier ist der nächste Sprung hier ist der letzte Sprung Leute hier kann man voll hacken ist man kann abkürzen ich wusste doch du ja kann abkürzen haben wir aber machen wir nicht machen wir denn abkürzen ist moralisch verwerflich ist es das ja genauso wie Kinder wegwerfen ist es das ja oh scheiße ihr könnt ja Fehler von Mapersteller Weg 2 nennen nein nein das wäre 3 nein das wäre ja okay aber wir haben ein haben wir schon okay einer wurde schon benutzt ein Fehler von der Besteller Weg ja 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 der Pakt ist und nicht das tun ich war mehr ich kann die Eifer rüber nein René außerhalb des Seine als er wird ein Cheetah steht was wir dann neu einführen werden ja nein ich war noch nie soweit hier wir waren alle noch nie soweit weil wir einfach nur scheiße sind scheiße sind und weil solche Springer einfach nur scheiße sind ey ist so oh nein was wäre was wäre wenn das jetzt beim letzten Training kommt würden wir alle verkackt weil beim letzten der das letzte Harttraining war ja dieses Diamanten ne ja gab es auch ein Gold letztes Training oder Eisen ja ja hab ich kaum gemerkt war wahrscheinlich so einfach ja wenn es einfach nur nicht als letztes Training wenn es jetzt mal eine Challenge jetzt wählt oh das erste Mal dass ich hier bin was alter Passi da kommt wieder da kommt wieder der Stuttgart 21 Zugrennen ist so wo sind eigentlich die Protestanten die sind alle tot der Zug hat sie überfahren auch Leute in einem Zug ich nicht so voll anstappen aber ich bin seitlich gesprungen das hat sofort funktioniert ist so ja auch Florian habe ich geschafft ja er ist geschafft so weit hat es ja noch keiner geschafft so wirklich geschafft ich war mir jetzt erst gar nicht sicher und den Checkpoint öffnen ich hätte noch einen Sprung machen müssen ähm okay bei der also bei der nächsten die also sie sieht nicht aus nicht schwer aus ist eigentlich ein Cheater Schild schwer ist schlimmer als ein nicht geschafft ist genau so und weil man dann voll weil man dann so ein Loop ist dass man schon cheaten muss ach so auch ich war grad die Zeit umsetzen und dann kommt ja die Zeit da mach mal los also da es kommt es sind wirklich es sind Prozent 1 2 3 4 5 6 7 7 Sprünge sind es insgesamt also der 1 2 3 dann hier drauf sind 4 hier drauf sind 5 hier drauf sind 6 hier drauf sind ja sie sieben Sprünge sind es insgesamt auf der 2 3 3 3 2 3 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 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5